willkommen zum neuen video und zwar wird heute diese nette spardose hier geknackt und zum automaten gebracht und ja bevor ich euch gleich mitnehmen zum automaten und wir das ganze auszählen lassen eine wichtige sache und zwar das ist die sogenannte zwei euro sparmethode und was hat es bei der ganzen sache auf sich eigentlich wie der name schon sagt alle münzen also zwei euro und weniger werden immer gespart hier und ihr könnt dazu eigentlich jede dose nehmen ich habe hier einfach irgendein altes glas benutzt und ja wie funktioniert das ganze eigentlich recht einfach und zwar man hat ja meistens immer kleingeld im portemonnaie zum beispiel wenn man gerade unterwegs war beim einkaufen irgendwo im restaurant war irgendwas gekauft hat dann hat man meistens wenn man nach hause kommt immer noch mal kleingeld ein paar münzen 10 cent stücke 20 cent stücke oder sogar ein oder zwei euro münzen im portemonnaie und dann packt man immer sein portemonnaie quasi beziehungsweise packt man immer die münzen aus dem portemonnaie raus und sammelt sie das heißt das portemonnaie wird jeden tag also jeden tag an dem man irgendwas gekauft hat ausgegeben hat und münzen erhalten hat die an dem tag werden die münzen quasi entfernt das heißt man hat quasi nie münzen im portemonnaie und das ist eben die strategie dabei bei der ganzen sache weil es hat zwei vorteile zum einen den vorteil dass man eher weniger geld ausgibt weil ich kann es mit sicherheit selbst das risiko dass man einen schein anbricht ist deutlich geringer zumindest bei mir als es mal eine münze anbricht weil beziehungsweise münze ausgibt weil man gibt er noch mal schnell münzen aus als wirklichen fünf oder zehn oder sogar 20 oder 50 euro schein anzubrechen deswegen würde ich sagen es ist eigentlich eine ganz gute sache und es kommt wirklich einiges zusammen und der zweite vorteil natürlich man hat einfach noch mal zusätzliches geld am ende des jahres über oder oder eben nach sechs monaten je nachdem wann eben die box hier beziehungsweise die spardose dann voll ist und ja das ganze hier ist jetzt von einem halben jahr also müssen wir das ganze noch mal verdoppeln weil ich das wirklich das ganze jahr mache treibt jetzt auch gerne rein was ihr denkt wie viel das ganze hier sein wird deswegen jetzt bitte kurz stoppen nicht schummeln ich prüfe das nach ob ihr vorgespielt habe das sehe ich nämlich hier auf youtube ein kleiner spaß auf jeden fall schreibt gerne rein was ihr denkt wie viel das ganze hier sein wird und dann bekommt ihr gleich auf jeden fall die auflösung ich hatte dazu ja auch schon ein bild auf youtube gepostet bei dem ihr dann eure tipps abgeben könnt und ich habe dann sogar gesagt falls hier jemand genau richtig liegen sollte mit seinem tipp würde er alles von mir bekommen das heißt ich würde ihm das geld dann über paypal zusenden und das ist natürlich jetzt ein gewisses risiko für mich weil falls jetzt jemand richtig liegen sollte würde ich natürlich hier das ganze geld verlieren wir sehen hier auch noch mal wir haben wir wirklich auch größere münzen ein oder zwei euro mit dabei aber natürlich auch hier fünf oder zwei beziehungsweise 1 cent münzen und hier sehen wir die ganzen tipps 104 74 48 und so weiter und so fort 200 sogar 105 und ja da bin ich mal gespannt ob hier jemand richtig liegt wie gesagt ihr könnt gerne noch mal euren tipp in die kommentare schreiben und ja dann würde ich mal sagen geht es los mit der auszählung und ja jetzt haben wir auch genug gerät jetzt geht es auch schon los zum automaten so das glas wurde jetzt geleert ihr habt es live miterlebt und hier haben wir noch mal den auszahlungsbeweis bzw den beleg 108 euro und 55 cent ist das endergebnis und ja weil es ja von einem halben jahr ist kann man das ganze jetzt ganz gut hochrechnen auf ein jahr und dann sind es dementsprechend dann über 100 beziehungsweise über 216 euro und das ganze eben nur durch münzgeld und ja münzgeld beziehungsweise die münzen sind natürlich nicht das einzige an geld was ich jetzt hier gesammelt habe und zwar es kommt noch die 5 euro sparmethode hinzu dazu wird es in den nächsten tagen auch noch ein video geben falls das video schon online ist werde ich euch das ganze in der video beschreibung schon verlinken und da kann ich euch sagen das wird noch mal deutlich mehr sein als hier durch das münzgeld das heißt wenn ihr jetzt nur die münzen und 5 euro scheine sammelt jedes jahr habt ihr schon am ende des jahres einen sehr guten betrag zusammen aber wie gesagt das 5 euro experiment beziehungsweise die 5 euro sparmethode wird in den nächsten tagen auch online kommen ja dann hoffe ich das ganze hat euch gefallen wenn ihr jetzt auch demnächst das sparen anfängt dann bin ich natürlich stolz auf euch und hoffe natürlich dass ihr damit ordentlich was zur seite legen könnt und ja dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder abonniert gerne und gebt einen daumen hoch für weitere videos bis dahin und tschüss